So, so, so. Jetzt müssen wir unsere Gummibärchen schmelzen, damit wir sie später in eine Form gießen können. Noch ein bisschen erhitzen. Oh wow, die schmelzen ja voll schnell. Das ist großartig. Jetzt fülle ich das alles in eine riesige Eierform. Und warte ab, bis alles hart geworden ist. Es hat funktioniert. Voll cool. Jetzt wird's Zeit, das Marmeladenei zu probieren. Hey Chris, schau mal, was ich für ein cooles Spielzeug habe. Oh nein, tut mir leid. Das wollte ich nicht. Alex, ich hab mir so viel Mühe gegeben. Moment, ich hab eine Idee. Wie wär's denn mit einer neuen Gummibärchen-Challenge? Ich werd alles wieder guttun. Also, wo muss ich jetzt hin? Oh, die Spitze des Schokoladenbergs wäre voll cool. Denn dort sitzt das böse und hinterhältige Schwein. Yeah, mein Vögelchen hat es getroffen. Oh yeah, das gibt Pluspunkte für Alex. Jetzt muss ich noch einen schlagen. Ich tue es mit einem echten Ei. Yeah. Ich hab's geschafft. Oh nein, das Ei ist kaputt gegangen. Hä, da ist jetzt ein Loch drin. Hm, Moment mal, das bringt mich auf eine Idee. Ich nehm mir verschiedenfarbige Schokolade und schmelze sie. Das muss ich probieren. Hm, wie lecker. Und jetzt gieße ich die verschiedenfarbige Schokolade in das Ei. Schicht für Schicht. Damit nichts durcheinander gerät, lege ich eine Schnur hinein. Jetzt schlage ich mit nem Hammer alles kaputt. Boah, das ist ganz schön schwer. Ich versuch's noch mit anderem Werkzeug. Gut, dass ich viel auf Vorrat habe. Yeah, ich hab's mit ner Kettensäge geschafft. Also, jetzt noch schnell schälen. Und fertig. Schaut mal. Ein richtig cooles Schokoladen-Regenbogen-Ei. Okay, okay. Ich hab meinen Cola-Bag fast zusammengesetzt. Noch die letzte Dose. Ich bin fertig. Wow, was für ne coole Coca-Cola-Wand. Hey, Chris, schau mal. Ich hab ne Überraschung für dich. Nein, bloß nicht. Ich hab diese Wand den ganzen Tag gebaut. Alex. Das sieht ja seltsam aus. Ist das Schokolade? Oh, wow. Das muss ich sofort probieren. Das schmeckt so lecker. Bravo. Fünf aus fünf Sternen. Schauen wir mal. Was haben wir hier? Eine Kinderüberraschung. Und was für ein Spielzeug ist drin? Machen wir mal auf. Uh, ein kleiner Bagger. Den hab ich noch für meine kleine Kollektion gebraucht. Und was mach ich jetzt mit der Schokolade? Hm. Moment mal. Ich hab eine Idee. Ich kipp einfach Nutella in mein Schokoei. Hm, perfekt. Ein paar Marshmallows. Hm. Und noch ein paar davon in den Mund. Oh, ich lieb die Dinger. Super. Jetzt muss ich das Ei wieder schließen. Oh. Und mit der Milch geh ich jetzt zu Chris. Kissy Missy. Soll ich dir noch ein bisschen Tee einschenken? Ich trinke auch noch ein bisschen. Also lass es dir schmecken. Oh, Chris. Wegen dir bin ich jetzt nass. Please. Also, ich hab dir was mitgebracht. Hier. Dieses Schokoei legst du in deine Tasse. Und kippst heiße Schokolade drüber. Und schon bekommst du eine heiße Schokolade. Oh, wow. Das ist ne echt geniale Idee. Das hast du super gemacht. Ich hab meine Rutsche vorbereitet. Jetzt wird's Zeit, dass mein kleines Auto sie ausprobiert. Yeah. Die Loops hab ich geschafft. Durchs Wasser bin ich gekommen. Ja, meine Achterbahn ist echt der Hammer. Hä? Was riecht denn hier so seltsam? Etwas brennt. Hey, Chris. Was ist hier los? Hä? Ich spiel hier mit nem Lagerfeuer. Hey. Hör auf. Jetzt bin ich voller Schaum. Wie blöd ist das denn? Tut mir leid, aber ich musste dein Feuer löschen. Schließlich sind wir im Haus drin. Gib mir deine Marshmallows. Ich mach was Besseres daraus. Ich hab schon ne wunderbare Idee. Ich leg meine Marshmallows in den Topf und lass sie schmelzen. Jetzt geb ich ein bisschen Lebensmittelfarbe hinzu. Und jetzt brauch ich noch ein paar Cornflakes. Jetzt müssen wir alles schön zusammenmischen. Und das kommt jetzt in ne Eierform. Sieht aus wie ein Slime. Ein essbarer Slime. Jetzt schließen wir unser Plastikei. Und schon haben wir ein lecker Schmecker. Cornflakes Marshmallow-Ei. Mh, das muss Chris sehen. Hier, Chris. Ach, komm schon. Jetzt hab dich doch nicht so. Ich hab dir was Leckeres mitgebracht. Mh, gefällt's dir? Oh, super. Ich hab's doch gewusst, es wird dir gefallen. Schön umrühren. Mh, ich hab ein ganzes Fass mit geschmolzener Schokolade. Das ist so cool. Hä? Was ist denn hier los? Ist das ne Party? Hm, ich nehm hier diesen Luftballon. Danke und schönen Abend noch. Ich tauche meinen Luftballon in die Schokolade. Und lasse sie aushärten. Jetzt muss ich den Luftballon platzen. Und unsere Schokoschüssel füllen wir mit Schlagsahne und Karamellsirup. Ein paar Twix-Riegel. Perfekt. Und jetzt gehen wir zur Party. Wunderbar. Danke, Mädels, dass ihr gekommen seid. Oh, dieser Kuchen sieht so gut aus. Oh nein, ich hab ihn fallen lassen. Ihr habt mich erschrocken. Tut mir leid, das wollten wir nicht. Hey, Mädels. Ich weiß, wie ich euch helfen kann. Chris, schau, ich hab dir was Leckeres mitgebracht. Probier mal. Oh wow, Alex, das schmeckt so lecker. Voll die coole Idee. Fünf aus fünf Punkten. Mein Fingerfußballer Alex schießt noch ein Tor. Oh, dieses Bonbon ist ganz schön weit weg geflogen. Hm, ein Bonbon in der Pfanne? Das bringt mich auf ne Idee. Wie wär's denn, wenn ich noch ein paar Bonbons reinwerfe? Und sie einfach schmelzen lasse? Ja, so ist gut. Jetzt brauch ich diesen lustigen Kamm hier. Und damit verbreite ich jetzt die Karamell über mein Schnittbrett. Schau mal. Das sieht aus wie ein kleines Nest. Ein Karamellnest. Als nächstes brauche ich Oreo-Kekse. Jetzt besorge ich mir Boxerhandschuhe und zerkrümel diese kleinen Kekse. Und fertig. Oh ja, das sind gute Kekskrümel. Das sieht aus wie Blumenerde oder so. Oh ja, das ist genau das, was ich brauche. Lecker schmecker Vanille-Eis. Und in dem Nest sehen die Eiscreme-Kugeln aus wie kleine Eier. Oh wow, was riecht denn hier so gut? Wow, Alex. Ist das ein Nest? Oh, das muss ich sofort probieren. Hm, das ist mein Lieblings-Eis. Super. Und was ist das? Karamell? Perfekt. Hm, das ist mein Lieblings-Joghurt. Hm, ich gebe das alles in eine Pfanne. Großartig. Und jetzt brauche ich einen Pfirsich. Wo ist der Pfirsichbaum? Da ist der Pfirsichbaum. Also, ich nehme mir ein Stück. Mmh, sieht so appetitlich aus. Perfekter Pfirsich. Den lege ich jetzt in die Mitte von dem Joghurt. Ein paar Weingummibändchen. Uh, die sind richtig schön sauer. Perfekt. Schon ist unser süßes Frühstück fertig. Hey Chris, bist du beschäftigt? Oh, das war ganz schön knapp. Au. Oh mein Gott. Das hat wehgetan. Oh, Alex, tut mir leid, ich habe dich nicht gesehen. Was? Ist das Frühstück? Soll das Schinken sein? Oh, voll lustig. Wahnsinn. Und das ist ein Spiegelei? Probier mal. Wow, ist das ein Pfirsich? Was für eine geniale Idee. Ich bin dabei, mein bestes Bild zu machen. Toll, schau mal, das ist mignon. Du hast Talent, Chris. Aber hast du vielleicht Lust, meine Farben zu probieren? Sag bloß nicht nein, denn das sind die besten Farben, die du je gesehen hast. Du nimmst dir einfach ein Ei und schmeißt es gegen eine Leinwand. Malen hat noch nie so viel Spaß gemacht. Yeah, ich will noch was schmeißen. Voll cool. Ich will mehr davon. Weißt du, Schwester, jetzt wo wir dabei sind, können wir auch gleich die Wände neu bemalen. High Five.